Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter in Let's Play, ich bin wieder Avenger und ja ich habe heute mal den... Starch and Crane dabei. Jawoll, so sieht es nämlich aus und wie ihr schon sehen könnt, Doomfist ist am Start und wir machen den Brawl, oder? Hast du angeklickt, ne? Perfekt und da seht ihr mal, wie wir gar nichts können, also ich zumindest. Ist eigentlich nur ein blödes rumgespamme und gefliege und naja, ihr werdet sehen. Die kommen jetzt eh wieder hoch und warten eigentlich nur drauf, dass irgendeiner durch die Tür lungert. Ja, Grüße. Und du springst wieder mitten rein. Gleich ist er tot. Oh, ne, doch nicht. Bam, Bitches. Bam, Bitch. Was? Was? Bam, Bitch. Bam, Bitch. Alter, jetzt räumt aber auf hier. Wo ist der letzte? Äh, okay, cool. Der ist dahinten. Der ist dahinten. Da müssen wir gehen. Oh, klar. Oh, die Juken. Bam. Fütz, fütz, fütz. Ich versuche es ständig nachzuladen, ich check es nicht. Der lädt doch automatisch nach. Okay. Uppercut. 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 Jo, jetzt kriegt er mich direkt. Voll. Bam, Bitch. Bam, Bitch. Nein, nein. Oh, jetzt war die Cooldown, Alter. Ich kam nicht mehr hoch. Nee, haben die jetzt echt gewonnen? Ach, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ja, weil sie mich von der Map geworfen haben. Ah, Gott. Das ist echt der Knaller. Wo gehst du eigentlich lang? Ich folg dir jetzt einfach mal. Da ist er drin. Oh, jetzt ist er tot. Ja, ist klar. Bruder, was ist los? Was ist los? Was ist los? Das kann ja wohl nicht wahrsteigen, ey. So bad, so bad. Komm, Sarge. Den kriegst du. Locker. Oh, nee, doch nicht. Doch, hast du. Zwar nicht den Todesstoß, aber... Yay, 2, 2, 1. Bruder. Läuft, ne? Oh nein, jetzt hab ich meinen... Das backt so ein bisschen, ne? Irgendwie. Wie, das backt so ein bisschen? Hä? Was hast du meinst? Das ist eine Runde immer. Ja, das kann sein. Das ist aber... Das liegt aber, glaube ich, an einem neuen Modi. Das wird noch ausgefeilt. Glaub mir das. Wunderprozentig. Hallöchen. Bam, bitch. Weißt du, da denkst du dir mal, gehst du mal durch Skogloss, das mal Hallöchen. Gehst voll auf die Schnauze. Das ist doch toll. So, wo ist er denn? Ach, da ist es, Hatsch. Da, guck mal an. Guck mal an. Wow. Alter, hau dir. Wieder war nicht tot. Wieder war nicht tot. Was ist denn da los jetzt? Hast du jetzt gerade voll gegen die Watt geschmettert? So, hm. Ei, Papi. Das wird ja nochmal richtig spannend, ne? Leute, habt ihr das gesehen? Ich finde es so geil, der Nahkampfangriff. Weißt du, anstatt er den einfach mit einer mega dicken Faust macht. Nein, mit der läpperlichen, komischen Schusshand, Alter. Was ist denn los? Hier, warte mal. Ich bleib mal bei dich. Ich will mal, ich will mal so ein bisschen. Ne? Oh. Ja, rausch du mal durch. Rausch du mal durch, du Kollege, du. Oh. Ich hab... Bäm, Bitch. Oh, nice. Das hättest du jetzt wohl gern, du kleine Ratte, du. Oh, ich wollte gerade hochspringen, Alter. Da kriegt er mich noch. Mit seinem komischen Scheißzeug da, ey. Alter, ich flippe Klaus. Boah, eins gegen eins. Der Mega-Fight. Bäm. Da kriegt man noch die Runde. Ich glaube, spinn. Das wäre ja blöd. Das wäre ja blöd. Jetzt wäre ich aber blöd. Okay. War das der eins gegen eins Kampf nicht? Ne, ne. Da waren wir aber auch beide nicht mehr im Leben. Ne. Na doch, du schon. Du schon, du schon. Fetzt, Alter. Um die Ecke gefetzt. So eine Ratte. So eine Ratte. Alter, ich komme mit dem Punch überhaupt nicht klar. Ich weiß nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Keine Ahnung. Ich weiß, ich habe das blaue Feld, aber bis ich das gesehen habe, bis ich da reagiere, ist das schon wieder, bin ich schon wieder am Boden. Ne, das ist blöd. Ich weiß, nur umso höher man springt, umso mehr Damage kriegst du mit dem Schlag. Okay, das wusste ich noch nicht. Deswegen machen ja viele erst den Uppercut und dann den Absprung nach unten. Verstehst du? Hm, hm. Aber ich habe eine Lootbox. Nice. So schon mal Runde. Brrrr. Und wieder nur Scheiß. Woo, nice. Nicht mal irgendwas von Dumpf ist dabei. Ey, ist ja toll. Ach, Menno, so ein Scheiß, Dumpf. Hm. Bis zum nächsten Mal.